jetzt hat er wieder die aufnahme mittendrin abgebrochen sieben minuten habe ich jetzt noch gehabt mache ich auch ich schneide zusammen und dann passt das wieder so kampfpanzer für batman einmal fertig ausrüsten ja und dann können wir jetzt mal anfangen wobei eigentlich weil er stimmt gar nicht gar nicht so verkehrt war konnte ich quasi die in einer gefangenen stadt realitäts trainings an erweitertes realitäts training aktiviert das ist mit das nervigste glaube ich realitäts training viel geschlagen und wir alles zurück auf start erweitertes realitäts training aktiviert so und runter nein gut egal die gehören dazu also müssen die auch was nicht tot uns wieder dran gut ich habe mir überlegt ich werde das im letzten mal machen nicht das kalt machen ja 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 genau 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 ja 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 so dann haben wir dieses realitäts training erledigt dann schauen wir uns die erweitertes realitäts training online was ich das noch erleben darf was ich will das letzte was ich gebrauchen kann ist irgendein hässlicher keiner der zu mir kommt und mir erzählt dass er verbroschen worden ist ich habe hier einrufen ja da kümmern wir uns später drum und wieviel kann mein kleines mädchen noch einstecken erweitertes realitäts training aktiviert äh wo geht das denn weiter sehr komisch irgendwie zu fliegen ich stelle gerade im zweifel dass das hier die richtige position dafür ist training aktiviert erweitertes realität stufenanstieg perfekt dann können wir jetzt schon mal ausrüstung weltkline waffnung wir machen erst mal den draht sei dass wir dann auf dem seilwerfer laufen können auf dem geworfenen seil so dann können wir uns das nächste erweiterte realitätstraining sind noch zwei erweitertes realitätstraining online nur fliegen ist schöner es ist nicht gut da habe ich nicht ja so ist im stahlbuch ok ok muss das doch gehen erweitertes realitätstraining aktiviert genau dann müssen wir mit stürz im sturz vor hier runter stürzen und dann war das geht auch nicht gut gut dann haben wir das auch durch und das letzte ist hier unten versteckt erweitertes realitätstraining online jetzt habe ich es quasi rückwärts gemacht auch nicht schlecht woher ihr angst man als batman angst man vier man hier ist das kind als im herzen eines schneefels so dann da oben drauf ein bisschen geschwindigkeit drauf so erweitertes realitätstraining aktiviert daran erinnere ich mich noch da muss ich ein bisschen was machen da muss ich ein bisschen ach was sag ich denn üben hör mal erweitertes realitätstraining abgeschlossen im ersten anlauf geschafft haken dran nebenmission aktualisiert gut das war dann das erweiterte realitätstraining ich danke euch fürs zuschauen und mal gucken was ich als nächstes mache tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020